um und wir sind zurück auf dem Kekke zu haben mit TGW was machten du da ich stehe ich hier und wir haben da wieder 3 4 5 und ja wir wollten eigentlich weitergehen oder in welche Richtung ich will mir erstmal eine Kaktus als Kaktus ich würde sagen wir gehen erstmal zurück mein Inventar ist nämlich schon voll und wenn wir dann als ist naja aber wir können dann endlich wieder am Reich denn es hätte es ihnen recht machen und kennen nun hast du einen Weg kann zu deinem Haus gesetzt nein nur zu spawnen ok ja wird super er dann machte mal an ich weiß nämlich nicht ich habe ich kann ich lasse den Mann bist du selbst schuld also wenn du mich jetzt töten würde es damit zu nie wieder nach Hause finden also pass auf ne das naja naja du hast nämlich kein Ortssinn hier kein Orientierungssinn Ortssinn Orientierungssinn aber ich merke schon du weißt nicht mehr was das ist soll ich hinter mir wenn jetzt einer meiner würde der Werbachter Aufnahme wäre der Netter ja am Arsch die natürlich bin ich ich bin immer nett ja wir müssen noch 850 Blöcke laufen ist aber schön und mit dir an meiner Seite ooo Herrgott was habe ich dir getan so eine kleine mitnehmen nein oder also ich kann es nicht mehr mein Inventar ist leider voll was für eine Schaufel nee ich hab zwei oder muss da ist er wohl eine nicht mehr also willst du es ist es ist ja ich bin eine Quart schaufel geht es auch schnell kaputt pass auf dafür hasse ich sie ich mache mir nie wieder Quart schreibt zum Glück dass ich mir das von dir nicht geholt habe zubeweil ich bitte ein bisschen ja gut das was ist Jahr 20 ich weiß noch nicht mehr wo womit und wie ich mir mein Haus bauen soll dann später müssen ein paar Holzhaus machen oder mit denen sachen die es hier so um von den Mords ergibt weil er eine Höhle warum sie man der wobei gehen keine Ahnung ist jetzt mal von einem Weg und gehen und dann gleich dahin schreiben was damit vielleicht gleich der Hinsicht ich habe übrigens Prozent zwei schöne Schwerter bekommen warum leckt es gerade so ein Eisenschwert und zwei Bronzenschwerter und eine Bronze Chessplane habe ich eben im im Dorf gefunden und dann noch zwei Dias einer noch und das ist alles gut und ich kann mir das wieso das jetzt jede Folge sagen dass du das gefunden hast wieso jede Folge das ist ja gerade mal die zweite der ich das gefunden habe ich habe noch einen Fall ich habe mir das jetzt jede Folge sagen ich wiederhole nur noch mal ja das macht man immer am Anfang von der Folge nochmal sagen was letzte Folge so passiert ist deshalb sage ich jetzt auch noch dass wir einmal bei der Mama Marik grüßt die Zuschauer das macht man sich ich habe nicht gesagt dass man das als erstes macht wenn man eine Aufnahme startet soll die Hand dann dass man das als erstes ist ach du nervst sowas von weißt du das eigentlich ja ach er gibt's zu zumal was ganz neu das und sich mit es hinterher da bin ich zu der Harte wenn ich nicht zu schnell für dich auf dich muss man immer warten die Hälfte haben wir schon gelaufen zündlich es war auch Wurst ich habe mal Deutsch das musst du gerade sagen ist diese Ruhe und ich habe ich jetzt nicht verloren das wird es nicht Rundmann das ist doch typisch ich bin ein anderer nach der Farnese wenn ich was ist runtergefallen und gleich sind wir auch schon zu Hause dann können wir ja die Folge da beenden ja genau eine 5 Minuten Folge er gibt es ja aber Welt 20 für 6 und 20.6 L Mekas Pechel die jetzt hier er okay okay so das war ja das was zu nahe zu nahe an der Stadt zu nahe an der Stadt das ist ein Buch z was sich von Baum aber ein solange so war damals ich bin Prozent wenn man nicht meine Höhle achte hier wir hatten der und in die Hälfte Musiker ich muss denken ich bin Stadtteil und da bist du doch du siehst doch das das Grundstück umfasst ja wohl jetzt lang muss denn der als erstes zu sparen und den Spornpoint setzen nennen 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 eine Rekord Köln also ich hab damals von Polk setzt du auch könnte sich also einmal kurz umbringen müssen das Gas weg City Dom warte ich sie schüttel hier auch mal in der Bloch ich habe jetzt erden ab Schwarz zu trippen hätte ich gefragt wo wohnst da hinten kann er nicht hören ganz schutzfähigerweise ja wenn er wieder wegrennt da hält die da ich rede nicht mit dir ich will der einzige den das sagen kannst alle kennen Schiff springen ich kenne muss sofort ins Bett gehen sagte deine Mama was mich vielleicht auch zu ausrennen ist aber er hat schon wieder so viele Roboter wer ich nicht do doch habe ich wohl das dauert aber sag mal wenn du im Bett bist dann bleibe ich so lange noch auf und arbeite ein bisschen dann das soll ich vielleicht als erstes mal machen ich bin gleich im Bett ja bist du die 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 sagt mir wenn du im Bett bist in den Bett Geh ich nicht Doch jetzt aber Du darfst da nix machen Ihr sollt ins Bett gehen, ihr Eumel Geht Bett Ich hab keine Kohle, warum hab ich keine Kohle? Das tue ich jetzt auf jeden Fall erstmal in den Ofen Ich hab übrigens 20 Level Super Ich hab da noch einen Ofen, aber keine Kohle Doch, ich hab wohl Kohle Dann noch im anderen Ofen drin Dann... Mit was für nem Strom fängst du eigentlich an? Was weiß ich Weißt du also noch nicht? Also ich äh grabe gradige jetzt erstmal mein Grundstück hier Diese Folge Oder halt solange ich Erde habe Also ich fang damit erstmal ein bisschen an Ich weiß nicht, ob ich damit fertig werde Ja Oh, ich kann heute kein Deutsch mehr lernen Holger Sei leise Ich glaub ich mach das einfach ganz flach Das ist ja schön einfach bei meinem Grundstück Ich hab ja extra ein ganz flaches gewählt Damit das Begradigen einfacher ist Hat der Davido's ein bisschen schwieriger, ne? Verdammt, ich komm nicht mehr raus Verdammt, ich komm nicht mehr raus Warum hab ich grad keinen Sound? Ah, die Scheiße, das Schneebeläber Ups Ah, jetzt Was denn? Äh? St Und was hast du gemacht? Ich hab aus Versehen auf den Cheat Mode an gehabt Chris Telling Silver Verdammt, meine Erde ist schon alles Hat ja locker nicht gereicht Hab ich noch was? Mal gucken. Erde. Nein, ich habe keine Erde. Egal, dann baue ich hier noch ein bisschen Basalt ab. Einfach. Und dann kann ich auch mal gucken, was so an meinen, äh, nee, ich glaube, ich, äh, ich fälle die Wabba-Bäume einfach erstmal, immer wieder. Und lasse die nicht stehen, damit ich ein paar mehr Setzlinge bekomme. Was mache ich jetzt direkt mal? Ne, ich, egal. Ja, doch. Okay, okay. Der Server, er leckt. Warum hat er keinen Setzling fallen gelassen? Ey, da hat sich jemand bei mir Wabba geklaut. Unverschämt halt. Töteln. Ja, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wer das war. Ich habe nur gesehen, dass da an einem von meinen Bäumen kein Wabba mehr dran war, an dieser einen Stelle da. Hallo, ich fälle die, damit ich mehr Setzlinge bekomme, ja? Aber es fällt immer nur einer ab. Ah, das erste Mal, dass zwei kommen. Jetzt habe ich insgesamt einen Wabba-Sappling-Gewinn von einem, äh, von keinem. Hoffentlich kommen da auch nochmal zwei raus. Komm. Ja, drei! Das ist gut. Sogar sehr gut. Was machst du eigentlich gerade? Nachmacher? Äh, macht man immer so? Hä? Macht man immer so? Achso, ja. Hast du, äh, dann hast du ja sicher ganz viel Erde übrig, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein Stack. Ja, auf jeden Fall kannst du mir dann irgendwann bestimmt was von deiner Erde abgeben. Nämlich wieder zu wenig. Wie wär's, wenn du dir selber Erde holst? Ja, dann muss ich mir so weit lauf. Ich mache jetzt erst mal das Ganze Basalt weg. Oder die Erde von deinem Grundstück holst? Nein, ich habe ein so flaches Grundstück. Da will ich alles auf eine Höhe bringen. Und dafür brauche ich Erde. Und da kann ich mir nicht die Erde holen, die hier schon ist. Warum grabst du es nicht ganz runter? Das sieht nicht aus. Das ist alles schon auf dieser Höhe. Und da müsste ich mein gesamtes Grundstück eins runter haben. Die drei Basalt, die hier sind zwar nicht auf meinem Wohnstück, aber das ist mir egal. Das fällt ja sicher keinem auf. Das würde nämlich nicht aussehen. Deshalb baue ich die trotzdem mal ab. Den Zaun setze ich später runter. Okay, bevor ich überhaupt auch mal mit Ticket so richtig anfangen sollte ich mich vielleicht einlesen. Mich so einlesen? Weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, ich fange dann demnächst mal mit einem Haus an. Und dann mache ich mir vielleicht den ersten Solarpanel. Damit ich ein bisschen Energie habe. Also ganz am Anfang macht man erstmal einen Generator. Damit man erstmal ein bisschen Strom hat. Und dafür brauchen wir viel Kohle. Also müssen wir dann demnächst nochmal in die Höhle gehen und Kohle holen. Ja. So, es ist meine Spitzhacke kaputt. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme auf gar keinen Fall Quarz. Ich nehme einfach mal Saphir. Ich weiß nicht, wie so die Haltbarkeit so von dem Ganzen ist. Ich probiere einfach mal rum. Ich hole mir ja eh irgendwann dann den Mining Drill. Und was tue ich da jetzt rein? Hm, Gold. Warum kommen da bei mir kein bisschen Erfahrungspunkte raus? Oh, wie schnell es wieder dunkel wird, gell? Ist schon wieder dunkel? Fast ja. Ja, ich habe Quarbar, aber leider gerade im Moment nicht für dich. Ich brauche es selber. Na gut. Was, na gut. Ich überlege gerade, wie groß mein Haus werden soll. Schon relativ groß. Ich muss erst mal überlegen, aus welchem Material ich das Haus überhaupt bauen soll. Du machst das erste Mal aus Stein. Äh, Holz meine ich. Ich habe so viel Basalt. Ich könnte es auch aus Basalt machen, aber es sieht ja nicht aus. Was wahrscheinlich gut aussieht, ist, glaube ich, Marble und Basalt. So als Mischung. Na, ich mache einfach erstmal ein Holzhaus. Dann gucke ich weiter. Sehe ich weiter. Wenn ich dann in Tackle so ein bisschen weiter bin, so, ne? Mit dem ganzen Zeug. Also, was ich vorhabe, zwei jetzt noch nicht so am Anfang. Logischerweise. Weil ich mache mir dann eine Query. Und, glaube ich, das sehen wir dann irgendwann. So, die Fakkeln lang zum Sitzen. Stimmt, gute Idee. Jetzt muss ich wieder die ganzen Löcher auf meinem Grundstück stopfen. Ja, das ist ja jetzt eine sehr stille Folge hier. Ich bin von dem Grundstück begraut. Ah, hier ist doch noch Erde, die ich nehmen kann. Bisschen Erde habe ich gefunden. Die ich noch nehmen kann. Ey, sammle nicht meine Erde ein. Was will denn der? Nein, hab ich nicht. Was geht der einfach an meine Kiste? Ja, komm. Ach, Gott. Ich verbau mich heute aber auch nur noch. Da hast du deine drei Rabber. Oh, ich bin eh jetzt noch nicht die Wobber. Ach, Gott. Ich will jetzt schon wieder mit schlafen. Was dunkel ist. Nee, wirklich, das hab ich erst nicht gedacht. Okay, 22 Minutes. Hast du gehört? Ja, machen wir's für 25 Minutes. Okay, wenn du meinst. Ja, klar. Warum verschränke ich mich immer so, ey? Dich auch, was? Dich auch. Ja, hallo. Ja, hallo. Max Pennen. Genau, Max. Ah, kann der Zombie einen im Bett angreifen? Gibt schon. Ah! Ja, kann der. Der hätte mich aus dem Bett geworfen, der Idiot. Ja, dann wäre ich. Wer, ich? Ich bin auch schon im Bett. Ja, der hat mich aus dem Bett geworfen, aber es ist anscheinend der Max oder wie der heißt, nicht im Bett. Also, gleich sind die 25 Minuten voll, wenn das so weitergeht. Alles was, ich stehe jetzt einfach nochmal auf und mach weiter. Ausgelettet. Zwei Zombie. Ah, jetzt habe ich noch einen Miniumstein mehr. Lohnt sich die Nacht. Alter, kommt's. So, jetzt geht's Bett. Ja, ja, ja. Ich bin das nicht. Ich bin doch schon längst im Bett. Jetzt auf jeden Fall. Irgendjemand ist nicht mehr im Bett. Also, ich bin im Bett. Schau wieder, der ist ja Max. Na, endlich. Irgendwann habe ich den Skelett bei mir in der Nähe gesehen. Nee, doch nicht. Doch, da im Zaun. Aber egal. Ja, mach mal deine 30 Minuten Folge draus. Ich bin auch dumm. Ja. Gibst es endlich zu. Was machst du denn so Spannendes, was ich Zeit brauche? Ich habe mich verbaut. Das ist nicht, was du? Ich habe dich gefragt, was du so Spannendes machst. Du sagst, du hast dich verbaut. Oh, 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 oh. Wie viele Miniumscherben hast du? Einen. Wenn du damit angeben willst, bringt das bei mir nichts, weil ich mich nicht auskennen. Ist es schon egal, ob ich 1,10 Uhr habe. Ich will nicht damit angeben. Nein, eh nicht nur, fragst du, wie viel hast du und ich sagst, einen. Ja, hättest du halt... Hättest du halt drei Stück, würde ich die dir irgendwie abtauschen oder so. Aber so... Ja, oder du würdest mit dir gehen. Ich brauche nämlich noch drei Stück. Ich brauche dich. Ich brauche dich. ich gebe Begradigen ja sowas von aber kann man nix machen ich bin's ironik als ob ich bin deine Mutter genau deine Mutter ist meine Mutter ach ja wann sind 30 Minuten um? in zweieinhalb Minuten Schrecken oh oh was los? ok ok du hast nicht so eine verzauberte Schaufel? nein schweiß ich ok dafür fehlen mir noch fünf Level äh fünf Diamanten mein ich schweiß ich schweiß ich mit dem Blumen und den vorrateten Fleisch auch wenn es nicht ganz 30 Minuten sind würde ich sagen Moment auch wenn es nicht ganz 30 Minuten sind auch wenn es nicht ganz 30 Minuten sind für heute mit dieser Folge mhm machen wir er hat keine Energie mehr egal was 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 egal ähm und wir bedanken uns wie immer herzlich fürs Zuschauen ja super diese Folge kann man wenigstens nicht sagen wir hätten nichts geschafft ja wir haben immerhin ganz schön begradigt mhm und ja dann bis morgen oder ja ja tschüss tschau so Untertitelung des ZDF, 2020